Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie zu diesem Live-Podcast aus unserem Studio in Düsseldorf. Kurzfristig kann es sein, dass wir vorsichtshalber, um vorbereitet zu sein, für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sagt also, im Zweifel muss die Kohlekraft länger laufen. Das möchte ich mit einem besprechen, der die Energiewende schon seit Jahren beobachtet. Heute ist er Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Die Rede ist von Simon Müller, der mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Müller. Schönen guten Tag. Ist Versorgungssicherheit gerade wichtiger als der Klimaschutz? Also darauf gibt es eine ganz klare Antwort und die heißt Nein. Versorgungssicherheit und Klimaschutz bedingen sich gegenseitig. Dafür ist es zunächst mal wichtig, in den Blick zu nehmen, was wir mit Versorgungssicherheit meinen. Das hat zum einen natürlich ganz kurzfristig die Frage, habe ich Gas im Gasnetz, habe ich Strom in der Steckdose? Aber es hat eben auch diese langfristig strategische Komponente. Und wenn wir genau die in den Blick nehmen, dann ist ganz klar, Klimaschutz und Energie- und Versorgungssicherheit, die bedingen sich gegenseitig. Kurzfristig dürfte das Klima leiden, wir dürften vielleicht noch ein bisschen mehr CO2 ausstoßen, aber in der langen Frist, so traurig das ist, gibt es vielleicht auch was Positives an diesem Krieg, oder? Ja, also ich würde das erst mal trennen. Also es gibt sozusagen die Dynamik, die wir haben im Energiebereich und dann gibt es natürlich das Leid und die politische Katastrophe, die dort passiert ist. Aber wenn wir mal den Energiebereich, den Klimabereich in den Fokus rücken, dann stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Aber da brauchen wir jetzt wirklich den Laserfokus auf die Maßnahmen, die die Erneuerbaren nach vorne bringen, die Energieeffizienz nach vorne bringen. Und zwar nicht nur im Stromsektor, sondern auch bei den Gebäuden, auch in der Industrie, auch im Verkehr. Und es ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung, genau dieses Gleichgewicht zu schaffen, dass sie eben diese strukturelle Unabhängigkeit schnellstmöglich hinbekommen. Wir werden das gemeinsam beobachten. Das ist der Appell von Simon Müller, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Müller. Vielen Dank. Vielen Dank.